Hallo, wir sind Mundo del Gusto. Wir sind schon länger unterwegs im Street-Food-Bereich und bieten verschiedenste Spezialitäten. Wir fangen an mit verschiedensten Burger und Tacos und unsere fantastischen Gewürzpommes aus eigenen Gewürzmischungen zu machen. Und wir haben jede Woche Spezialitäten im Bereich Street-Food aus aller Welt. Und das lieben die Leute und finden die Abwechslung, die wir anbieten und die hohe Qualität der Produkte fantastisch. Wir sind schon gute sieben, acht Jahre unterwegs. Seit drei Jahren sind wir mit unserem Foodwagen unterwegs und es macht riesen Spass, vor allem die Leute, die uns immer wieder begeistern, weil sie immer zu uns kommen, die Gewürzpommes.